Willkommen zum Rift Report, eurem neue Patch-On-Down, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Dieser Patch ist der Split-3-Rank-Patch oder um Riot zu zitieren, der Durability-Patch 2.0. Noch nie gab es in LoL so viele Item-Changes in nur einem einzigen Patch, weshalb dieses Video etwas anders als die sonstigen sein wird. Anstatt euch die genauen Changes runterzurattern, will ich euch diesmal Grund, Idee und Auswirkung der Changes nahelegen. Starten wir mit dem allgemeinen. Ultimates-Vailbook kommt mit Patch 14.19 nochmal auf die Lifesaver und das sogar deutlich verbessert. Es gibt mehr Ultimates, die euch zur Verfügung stehen, ihr könnt euch auch weitere Ultimates über den Spielverlauf auswählen und das Spiel versucht euch mit Gold und Bonus-Stats davon zu überzeugen, auch mal andere Ulls auszuprobieren. Mit Patch 14.19 könnt ihr auch wieder mehrere Teammates und Gegner honorn, allerdings ist das Ganze bei vier Spielern gekappt. Ihr habt mal wieder aus Versehen gekillstealt? Kein Ding, mit der E-Taste könnt ihr nun den MyBad Interactive Emote raushauen. Wenn euer ganzes Team das gleiche macht, gibt es sogar noch eine kleine Celebration. Der dritte Rank-Spit startet mit Patch 14.19. Wie immer wird es mit dem Start des Spits in den Apex-Tiers Duo-Q-Restriktionen geben. Wards geben nun keinerlei XP mehr, weder Stealth-Wards noch Far-Side-Ateration noch Zombie-Wards oder diese komischen Fettel-Sticks-Dinger. Bei den Champion-Adjustments gibt es diesmal nur drei Champions. Elise kriegt ein paar absurde Quality-of-Life-Buffs. Ihre Spider-Linge regenerieren sich immer zu Full-HP zurück, wenn sie gesummelt werden. Dazu springen ihre Spider-Linge nun Gegner direkt an, noch bevor Elise selbst mit dem Melee-Q connectet. Da ihre Spider nun Leute direkt anspringen, noch bevor Elise selbst ja connectet, deckt der Q nun auch für die Zeit, bis Elise connected ist, die Gegner auf. Ihr ranged ERK-Cocoon deckt nun Stave-Units auf und das komplett Geisteskranke, man kann nun während dem Cocoon-Cast flashen, um das Ganze zu redirecten. Der Melee-E kann nun nach einer Sekunde recastet werden, um direkt zum Boden zu kommen. Dazu wird der Bonus-Damage und das Bonus-Healing der Spider-Queen-Passive nun immer nach Herabsenken des E's aktiviert und nicht nur dann, wenn ihr ein Ziel trefft. Zu guter Letzt hat ihre Ult nun drei Sekunden statt vier Sekunden Cooldown. Cassante bekommt das nächste Mini-Rework. Ich glaube, es wäre einfach an der Zeit, den Champion mal zu deleten, aber Riot ist da anderer Meinung. Das Ganze sind fast vier Seiten Patch-Notes, weshalb ich euch das Ganze nun einfach runterbreche. Glaubt mir, wenn ihr diese vier Seiten irgendwie lest oder ich die euch runterrattert, dann werdet ihr auch nicht schlauer. Starten wir mit der Frage, wieso überhaupt das nächste Mini-Rework. Riot möchte Cassante mehr zu einem Frontline-Tank und Skirmisher formen. Dabei soll seine Ult den Teil des Skirmishers ausmachen und ihm auch ermöglichen, Tanks zu schredden. Zunächst einmal hat Cassante 25 weniger Range. Seine passive Macht an sich eigentlich von den Base-Damage-Werten etwas mehr Damage. Allerdings geht der All-Out-Bonus und der True-Damage als auch die Bonus-Range komplett flöten. Nur noch seine Ult skaliert mit Bonus-HP. Der Rest des Kits skaliert nun ausschließlich mit Resistenzen. Sein Cue ist nun deutlich schwieriger zu treffen und die minimale Cast-Zeit erreicht man nun mit deutlich weniger Resistenzen. Sein W-Cooldown sinkt im Allgemeinen drastisch. Dazu kann er aber die Richtung, in der der W gecastet wurde, nicht mehr während des Casts an sich ändern. Der W soll einfach nur ein Tool sein, um Damage zu blocken, weiß nicht, um den coolen Enchanted Crystal Arrow von der Ash abzufangen. Was auch immer, ich weiß auch nicht so ganz, was man damit möchte. In der All-Out-Form gibt es aber mega krassen Bonus-True-Damage, mit dem man Leute einfach platzen lassen soll. Sein E ist nun im allgemeinen Nutzen ein kleines bisschen schlechter. Alle anderen E-Varianten skalieren nun aber mit seinem eigenen Movement-Speed und sind damit deutlich besser. Über Wände kann er aber nicht mehr gehen. Mehr Range bekommt er während dem E auch nicht und das Ganze soll einfach nur ein Tool sein, um Teammates zu schützen oder um sich schnell zu repositionieren. Seine Ult kann nicht mehr gecancelt werden und skaliert nun nicht mehr mit Bonus-Resistenzen. Stattdessen skaliert das Ganze einfach mit Bonus-HP. Und damit er jetzt auch Tanks platt machen kann, bekommt er einfach mal 50% Bonus-Armor-Pen und 20% Omni-Vamp, damit die Tanks einfach komplett schreiten. Tristana wird auch nochmal angepasst. Diesmal möchte man sie endgültig auf ADC pullen. Sie soll kein Auto-Push mit Lander, der absurd gut scaled sein, sondern wieder in Richtung Hyper-Carry ADC gehen. Sie hat nun mehr Bonus-AD-Scaling als jemals zuvor, allerdings gehen praktisch alle Base-Damage-Werte ordentlich nach unten. Und auch bei den Base-Stats wird sie angepasst. Besonders ist hier, dass sie mehr AD, Attack-Speed und Range bekommt, dafür aber etwas an Tankiness und AD-Scaling einbüßen muss. Mit 25 Bonus-Range von Anfang an dürfte man natürlich ihre Passive ein kleines bisschen. Außerdem gibt ihr Q nun wieder 120% maximal Attack-Speed. EW war schon ewig ein Level 1 oder Level 2 Nukespell, der nun einbüßt. Base-Damage und Slow gehen massiv nach unten. Allerdings skaliert der W nun ordentlich mit Bonus-AD, das heißt es lohnt sich nunmehr, diesen Spell auch im späteren Spielverlauf aggressiv zu nutzen. Ihr E-Base-Damage geht massiv nach unten, damit sie deutlich an Auto-Push-Stärke verliert. Mit dem neuen, niedrigeren Base-Damage ist Last-Hit nur unter dem Turm, nun allerdings deutlich einfacher. Auch der E-Explosive-Damage ist grundsätzlich weniger Base-Damage-lastig, skaliert nun allerdings mit Crit-Chance. Damit Ristana einzelne Ziele besser rausfokussen kann, stunnt die Ult nun kurzzeitig. Auch hier büßt sie massiv an Base-Damage ein, bekommt dafür aber erneut deutlich bessere Bonus-AD-Skillings, mit denen sie im Late-Game dann trumpfen kann. Wladimir ist der einzige Champion-Nurve in diesem Patch. Er hat sich nun mit seinem W nur noch zu 60% von Minions. Dass der W-Max-Bild kompletter Müll ist, habe ich ja bereits im Kluft-Kurier erwähnt. Riot zitiert das Ganze sogar noch in den Patch-Nurve und sagt, ja bitte baut diesen Bild einfach nicht mehr. Trotzdem nerfen sie das Ganze, da dieser W-Max-Bild einfach sehr, sehr wenig Counterplay hat. Nun kommen wir zu den knackigen 120-Item-Changes und nein, das ist kein Scherz. Wieso passt Riot überhaupt 112 Items an? Sinn dahinter ist das Durability-Update 2.0. Riot möchte, dass der ausschlaggebende Punkt von League of Legends der Champion, dem man Spiel ist, und möchte nicht, dass LoL irgendwie ein Infinity-Edge- oder Kraken-Slayer-Farming-Simulator wird. Außerdem sind Spieler über die letzten Jahre in Welten besser geworden, weshalb man den Damage im Spiel einfach ein kleines bisschen reduzieren möchte. Damit ihr nicht einschlaft, habe ich alle Item-Changes für euch einmal bezüglich der Stat-Effektivität analysiert, damit ihr alle Informationen, die wirklich wichtig sind, in kürzester Zeit bekommt. Kurz vorab, vier Komponentenpreise sind reduziert worden. Dagger geht von 300 auf 250, Fairy Charm von 250 auf 200, Sapphire Crystal geht von 350 auf 300, obwohl das Item nur um 50 Mana mehr gibt, und Niedersleer Trott wird 50 Gold günstiger, verliert allerdings auch 5 AP. Items, die sich aus diesen Komponenten bauen, sind allerdings in den seltensten Fällen günstiger geworden. Starten wir mit den Boots, diese gehören mathematisch betrachtet zu den Stat-Effektivsten Items im Spiel, daher gibt es hier fast ausschließlich ziemlich ordentliche Nerfs. Lucidity-Boots und die Berserker-Greeves leiden ziemlich hart, und auch die Merc-Treats kriegen einen kleinen Nerf. Gebufft werden nur die Plated-Decafs, an ihnen ändert man nichts, außer dass man nun 2% mehr Damage-Reduction hat. Bei den Fighter-Items werden nahezu alle Items ziemlich ordentlich genervt, lediglich Nischen-Items wie einzelne Komponenten oder Mercurial Scimitar, Overlord, Splat-Mail und Hex-Bait bekommen einen kleinen Buff. Crit-Items verlieren statistisch betrachtet am allermeisten an Stat-Effektivität, das liegt aber daran, dass Movement-Speed mathematisch betrachtet extrem teuer ist. Bis auf etwas höhere Kosten und der Verlust von 3-4% Movement-Speed, ändert Riot an Crit-Items allerdings nicht so sonderlich viel. Wie stark sich diese Movement-Speed-Nerfs auswirken, lässt sich allerdings nur sehr, sehr schwer hervorsagen. Gebufft werden nur die, ich sag mal ehrlicherweise, Müll-Items, Yontai-Welt-Arrows und Scout-Sling-Shot. Bei den Lethality-Items nerft man einmal alles, bis auf Sereda's Grudge, das kriegt einen minimalen Buff. Bei den AP-Items verliert man mathematisch betrachtet ebenfalls sehr, sehr viel an Stat-Effektivität, das liegt aber fast ausschließlich daran, dass diese Items stark an Ability-Haste verlieren. Mit 67 Gold pro Ability-Haste ist Ability-Haste rechnerisch sehr, sehr teuer. Die Stat verliert man nahezu auf jedem Item, deswegen verlieren die Items sozusagen auch ziemlich viel an Stat-Effektivität. Tank-Spieler dürfen sich freuen, ja, hier gibt es Nerfs, aber vor allem auch absurde Buffs. 7 Tank-Items werden generft, allerdings bekommen vor allem die etwas niche-lastigeren Tank-Items, wie Iceborne Gauntlet oder Spectre-Scout, wirklich brutale Item-Buffs. 14 Buffs unter 7 Nerfs sind ein harter Win für alle Tank-Enjoyer. Auch für die Support-Spieler ist dieser Patch ein ziemlicher Win, alle beliebten Support-Items werden zwar genervt, dafür bekommen aber alle anderen unbeliebten Support-Items wirklich ziemlich ordentliche Buffs. Bei den Runen kommt Liefel Tempo endlich zurück, allerdings völlig anders als zuvor. Ihr bekommt zwar Stacks, die wieder Attack-Speed geben und das Ganze stackt maximal 6 Mal, allerdings bekommt ihr nun beim Max-Stack eine Damage-Komponente, die mit eurem Bonus-Attack-Speed als Adaptive-Damage skaliert. Und für alle Space-Glide-Enjoyer unter euch, Liefel Tempo trackt nun, wie viele Autos ihr perfekt getimt habt, also innerhalb von 0,25 Sekunden, nachdem der Attack zur Verfügung steht, benutzt. Presence of Mind gibt nun deutlich mehr Mana, allerdings hat das Ganze nun einen 8 Sekunden statt 4 Sekunden Codown. Insgesamt ein wirklich brutaler Buff, allerdings ein Nerf für alle Dot-Mages. Shield Bash gibt nun keine Resistenz mehr, dafür gibt es nun aber mehr Bonus-HP-Scaling und mehr Shield-Scaling. Biscuit Delivery gibt nun kein Mana-Restore oder Max-Mana mehr, dafür gibt es nun 12% Missing-HP-Healing bei Aktivierung und 30% Bonus-Max-HP. Nimbus Cloak gibt nun mehr Movement-Speed aus 5 bis 25%, wenn nun 12 bis 35%. Zu guter Letzt gibt es noch drei weitere Mini-Änderungen. Ihr könnt Legendary-Items nun im Shop queuen, ihr bekommt sie dann im Hut selbst ja mit so einer Progress-Bar angezeigt. Außerdem bekommt ihr nun einen Purchase-Reminder, wenn ihr aus dem Fountain rauslauft, ohne ein Item gekauft zu haben. Vor der 14. Minute bekommt ihr nun außerdem einen Ping, wenn ein Champion in eurem Jungle in Combat gerät. Hoffentlich gibt es damit dann weniger, mach doch mal die Augen auf Momente. Das war's damit vom Rift-Report für diesen Patch. Haut gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem neuen, ich sag mal etwas angepassten Format haltet. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann unterstützt uns gerne mit einem Like oder Abo. Und wie immer, möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.